So, wir kaufen jetzt mal eine schöne Uhr. Mal, wir kaufen mal eine Uhr. Was kostet den? Was kostet der? Was der kostet? Was der kostet? 7.000. 7.000? Dann kauf ich den ganzen Laden. 7.000 kostet der. Pass auf, hast du eine Freundin? Hast du eine Frau? Freundin? Oh, Frau. Kennst du? Kennst du? Frau, Frau, Freundin, Freundin? Kennst du? Freundin, Freundin. Ich hab eine Freundin. Ich hab eine Freundin. Eine Freundin. Wirklich, wirklich, wirklich passiert. Pass auf, ich, ganz normal. Ich mag gern Pommes. Pommes. Ich mag Pommes. Ganz normal Pommes. Esst Pommes? Ganz normal Pommes. Ich kauf Pommes. Ganz normal Pommes. Will essen? Pommes essen? Ganz normal. Frag sie noch. Frag sie noch vorher. Willst du auch Pommes? Willst du auch Pommes? Sie, sie, nee. Nee, sie, nee. Nee, nee. Ich will keine Pommes. Ich kauf die Pommes. Ganz normal. Ich kauf die Pommes. Stell sie hin. Guck kurz weg. Kick kurz zur Seite. Kick weg. Kick weg. Kick weg. Kick hin. Ist sie die Pommes? Ist sie die Pommes? Frag ich sie. Sag mal so. Eben wolltest du keine Pommes. Sag sie ja, wenn du sie so dahin stellst. Ich brauch die beste Uhr. Nicht die beste Uhr. Nicht die beste Uhr. Größter Comedian brauch beste Uhr. Ich brauch eine Uhr. Ein Wecker? Habt ihr einen schönen Wecker? Ein Wecker? Keine Uhr? Keine Uhr? Keine Uhr. Ich könnte hier, den Laden könnt ihr kaufen. Soll ich alle rausschmeißen. Und dann gibt's hier einen Uhrenladen. Mach ich aber nicht, weil ich sympathisch bin. Ganz kurz, ich hab hier gerade mit dem Wagen gestanden. Wollte hier gerade reinfahren. Eine Minute. Eine Minute? Hab ich eigentlich gar nicht nicht, aber bist gleich weg hier. Komm, bleib jetzt stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ist ja nur eine Minute. Bleib stehen. Pass auf, eine Geschichte, eine Geschichte. Hast du eine Freundin? 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 Kennst du? Ja, was? Freundin? Kennst du? Freundin? Freundin? Kennst du? Freundin? Pass auf, pass auf. Wirklich passiert. Kennst du Outlet? Outlet. Ich war mal im Outlet. Kennst du Outlet? Outlet. Da war ich im Outlet. Kennt er nicht. Kollege, hallo, hallo, hallo. Hier. Größter Komiker. Größter Komiker. Icke. Größter Komiker. Nicht überfahren. Nicht überfahren. Kann teuer werden. Ich zeige dir kurz aus, was ich so verdiene. Pass auf, pass auf. Hier, Köln Arena. Kennst du Köln Arena? Köln Arena, kennst du. 15.000 mal Eintritt. So, Minuskosten. Macht. Was kommt da raus? Was steht da? 45.000. Nee, da fehlt eine Null. Wenn eine fehlt, sind es 400.000? 450.000. 450.000. Jeden Abend. Nur mal das da wisst, ne? Plus Merchandising. Plus Merchandising. Dass ihr wisst, was bei mir gerade läuft. Bei mir läuft es nicht. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Meine Freundin, Bruce Willis, sagt sie. Sagt sie. Sagt sie. Wirklich mal. Bruce Willis. Wir beim Boxen. Sagt sie. Bruce Willis. Sagt sie. Sagt sie. Das ist Bruce Willis. Ich fahr jetzt in meinem Golf weg nach Hause. Tschö. Das ist nur einer. Habe ich vier von. Diese Woche nur gekauft. Diese Woche. Diese Woche nur Bier. Hallo. Freunde. Größter Komiker der Welt. Dicke. Hallo. Schönen Bad noch. Schönen Bad noch.